Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PCCheck zu einem neuen Video. Heute mal wieder Dubaro Computersysteme und zwar mit dem Gamer PC Ryzen 7 7700 mit RX 6800XT für 1349 Euro runtergesetzt von 1449 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellung, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Wie immer kurz vorweg, der PC wurde mir vorgeschlagen in unserem Video-Vorschläge-Kanal und zwar von Zarath Bashir und den schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild, das ist das reine Gehäusebild. Das sage ich ja immer, entweder nur das Gehäuse nehmen oder wirklich das System wie es eins zu eins aussieht. Wenn man später was umkonfiguriert, kann es nicht mehr so aussehen, ist klar. Aber hier macht Dubaro alles richtig. Starten wir auch mit dem Prozessor, das sind AMD Ryzen 7 7700 Non-X. Der hat 8 Kerne, 16 Threads, ein Turbotakt von 5,3 GHz und ein Basistakt von 3,8 GHz. Das ist ganz wichtig, ich will gleich noch was vergleichen, deswegen sage ich das schon mal vorweg. 65 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR5 5200 MTS. Wir sind hier also schon in der aktuellsten AM5-Serie. Das ist natürlich nicht der schnellste Prozessor, aber auch nicht der langsamste. Der 7700er reicht eigentlich für Streamen und Zocken völlig aus. Jetzt werden einige natürlich sagen, warum nimmt Dubaro nicht sofort den 7700X? Ich schätze mal, das hat was mit der TDP zu tun, weil der Turbotakt ist gerade mal 100 MHz schneller. Klar, der Basistakt ist von 3,8 auf 4,5 GHz gestiegen, aber der Basistakt, der wird sowieso übertrumpft vom Turbotakt, von daher ist er relativ wurscht. Man kann den ja auch so ein bisschen einstellen, wie viel Watt der sich überhaupt genehmigen darf. Wir haben jetzt hier eine TDP von 65 Watt und hier 105 Watt. Das macht schon einen Unterschied. Diese 105 Watt würden mit dem Kühler, der hier verbaut ist, schon nicht mehr gehen, die 65 Watt schon eher. Mich hätte es auch eher gefreut, dass sie den 7700X nehmen, auch wenn die Unterschiede nur marginal sind, aber es wäre halt besser gewesen, weil es einfach nur 1 Euro Unterschied ist, dann besseren Kühler einbauen, wäre schon mal feiner gewesen. Nichtsdestotrotz ist das ein guter Prozessor, aktuelle Serie, kann man machen, ist in Ordnung. Und der kostet 318 Euro beim Mindfactory. Der CPU-Kühler ist ein BeQuiet Piroc 2 Silver. Der hat eine TDP-Klassifizierung von 150 Watt. Ich hatte den mal getestet auf einem 5800X, der kann sich, wenn er möchte, 142 Watt reinschrauben, schafft er nicht, nicht unter Dauerlass. Deswegen gehe ich ganz stark davon aus, dass die den einfach nur genommen haben, damit der Kühler eben dazu passt, weil die 65 Watt TDP, die packt der locker. Selbst wenn man noch ein bisschen rumschraubt und der sich noch ein bisschen mehr Leistung nehmen kann, geht der Kühler noch klar. Wie gesagt, mich hätte es gefreut, hätten sie den 7700X genommen, vielleicht ein Shadowrock oder so, das wäre super gewesen. Jetzt haben wir hier halt einen relativ kleinen Kühler und der Prozessor ist ein bisschen beschnitten, wenn man so möchte. Qualitativ aber nichtsdestotrotz ein guter Kühler. Kann man machen. Passt auch zum Prozessor in dem Fall. Für alles andere würde ich stärkere Kühler nehmen. Und der kostet 133,19 Euro bei Minefactory. Das Mainboard ist ein Asrock A620M Pro RS DDR5. Und das ist jetzt so ein Punkt, das bin ich von Dubaro mittlerweile gar nicht mehr gewohnt. Die packen ein Micro-ATX-Bot in ein Full-ATX-Case. Es könnte vielleicht daran liegen, dass das kein Kreativecke oder Hardware-Deals-PC oder so ist, sondern einfach ein Freier von Dubaro, aber ich verstehe nicht, warum man sowas macht. Ja, natürlich, die AM5-Plattform ist teuer. Genauso wie DDR5-Speicher. Die Mainboards da drin sind auch noch teuer, weil es halt relativ neu ist. Ja, das Mainboard ist weiß, passt natürlich dann zum Gehäuse, aber irgendwie, ja, das will bei mir nicht in die Birne rein. Dazu kommt noch, wir haben den A620-Chipsatz. Wenn man sich hier die Tabelle anguckt, den Link schicke ich euch auch in die Videobeschreibung, sieht man, A620 ist sozusagen der Einstiegs-Chipsatz für AM5. Danach haben wir noch B650 und X670. Und das hat auch was damit zu tun, wie viele Lanes habt ihr für SSDs und die Grafikkarte und wie viele USB-Anschlüsse, welche Geschwindigkeiten und so weiter. Das geht jetzt aber zu sehr ins Detail. Ich wollte es euch nochmal gezeigt haben, wenn ihr Interesse habt, klickt einfach auf den Link in der Videobeschreibung, guckt euch die Grafik mal selber an. Also sie haben hier schon was sehr günstiges genommen, kleinster Chipsatz und der kleinste Mainboard-Faktor, wenn man ITX jetzt mal außen vor lässt. Ansonsten haben wir gekühlte Spannungswandler, vier RAM-Bänke, hier kann SSD verbaut werden, hier unten zum Beispiel eine kleine WLAN-Karte oder ähnliches und hier kann noch eine SSD verbaut werden und hier auch. Ansonsten haben wir hier wirklich nur noch den Grafikkartenanschluss. Da sind keine Erweiterungsslots mehr dabei, dass ihr mal irgendwie eine Capture-Karte oder so anschließen könnt, wenn ihr mal irgendwie streamen wollt, was mit dem System ja durchaus geht. Finde ich schon schade. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon-Kopfhörer-Line-Innen-Netzwerkanschluss, dreimal USB 3.0, viermal USB 2.0. Die Onboard-Grafik könntet ihr theoretisch benutzen, lasst es bitte. Ihr habt eine Grafikkarte, schließt euren Monitor bitte an der Grafikkarte an. USB-Typ C ist auch mit dabei und Flash-Bios-Button haben wir auch noch. Also das ist schon sehr, sehr günstig, das Board. Es ist nicht abgrundtief schlecht, möchte ich gar nicht sagen, passt einfach nicht in dieses System. Full-ATX-Case, Mikro-ATX-Mainboard sieht immer ein bisschen blöd aus und die Erweiterungsmöglichkeiten sind da auch sehr beschnitten, weil ihr keinen PCI-Express-Anschluss mehr habt für irgendwelche WLAN-Karten, Capture-Karten oder sonst irgendwas. Und das kostet 120 Euro bei BR Computer in Österreich oder 121,91 bei Mindfactory in Deutschland. Die Grafikkarte ist eine 16 GB AMD Radeon EX 6800 XT. Wie immer haben wir freie Hand, ich nehme wieder die günstigste, ist immer noch die Phantom Gaming OC, hatten wir vor kurzem jetzt schon mal. Die 6800 XT für WQHD Gaming Full-HD sowieso geeignet und 4K auch. Müsst bei den Titeln halt gucken, habe ich auch letztes Mal schon gesagt, wie ihr die Detailstufen einstellt, Raytracing aktiviert, deaktiviert, wie auch immer. Ein schöner Vergleich, Hogwarts Legacy in 4K auf Maximum geballert, funktioniert mit dem Ding nicht, Fall Guys schon. Oder von mir aus auch Valorant oder Counter-Strike, das geht alles in 4K mit dieser Grafikkarte. Ich will halt nur sagen, AAA-Titel immer ein bisschen aufpassen. Wir sind hier natürlich nicht in der aktuellsten Serie, die aktuellste Serie ist die 7000er, aber in dem Preisbereich sind die 6000er wirklich noch sehr interessant, also preis-leistungstechnisch. Und von daher finde ich das schon eine gute Wahl, kann man machen. Den FPS, das dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 539 Euro bei Mindfactory. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB 2x16 GB, also Dual Channel, schon mal ganz wichtig. DDR5 AM5 PC 5600 Kingston Fury Beast. Wie eben schon gesagt, bei dem AM5 Sockel ist es gar nicht anders möglich. Ihr müsst DDR5 nehmen. Bei Intel in der 12. und 13. Generation könnt ihr natürlich DDR4 oder DDR5 nehmen, je nachdem, was ihr für ein Mainboard habt. Hier haben wir jetzt natürlich DDR5, 5600 MPS, schon mal okay. Kann man machen. Ein bisschen mehr, wäre natürlich wieder schöner gewesen. Liegt aber auch ein bisschen am Preispunkt. CL36, ja, geht auch besser. Es gibt schon CL30, CL32, so in die Richtung wäre ganz nice gewesen. Ist jetzt nicht der schlechteste ran. Ich selber habe von Kingston die Fury Renegade mit RGB-Beleuchtung. Die sind noch ein bisschen hübscher, aber da liegt eh nicht jeder Wert drauf. Das ist schon in Ordnung so. Und der kostet 114,90 Euro bei computeruniverse.net. Die Festplatte ist eine 1TB Kingston NV2. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 2100 MB die Sekunde. Reicht fürs Zocken eigentlich aus von der Geschwindigkeit. Natürlich gibt es schnellere, muss aber nicht sein. Für einen normalen Gamer ist es wurscht. Ich persönlich finde diese schnellen SSDs nur interessant, wenn ihr jeden Tag viele Daten sichert oder kopiert. Ihr habt wirklich zwei SSDs, die eventuell sogar 7000 MB die Sekunde lesen, schreiben können. Das macht die ganze Sache richtig interessant. 1TB müsst ihr selber wissen. Ich hätte wie immer 2TB reingeworfen, weil die SSD-Preise gerade eh im Keller sind. Aber gut, 1TB in dem Preisbereich kann man machen. Und die kostet 39,90 Euro bei Cyberport. Das Netzteil ist ein 850 Watt Bequiet System Power 10 80 plus Gold. Das hat 5 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und hat festes Kabelmanagement. 850 Watt reicht ganz dicke für diese Kiste. Ist sogar schon zu viel. Warum es ein System Power sein muss, weiß ich auch nicht. Ich hätte da lieber ein Pure Power gesehen. Oder vielleicht sogar ein Straight Power, aber in dem Preisbereich, so wurscht, Pure Power reicht da. System Power ist eher so Richtung Bürorechner. Habe ich immer noch dieses Feeling. Die sind qualitativ nicht schlecht, aber es ist halt auch nicht modular. Muss auch nicht sein. Das Ding ist einfach, ich habe viele Vergleichssysteme. Kreative Ecke, Hardware-Deals, Nilsson. Alle, die bei Dubaro irgendwelche Systeme anbieten, haben ein Pure Power da drin. Es sei denn, ihr pimmelt jetzt bei irgendwelchen Systemen bei 600 Euro rum. Das ist wieder ein anderes Thema. Aber hier muss es echt nicht sein. Und das kostet 95,70 Euro bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein Corsair 4000D Airflow weiß. Das hatte ich selber schon im Review. Das Thema hier ist jetzt einfach, ihr habt vorne einen Lüfter und hinten einen Lüfter. Das reicht bei diesem System irgendwo noch aus. Schöner wäre es gewesen, wenn sie vielleicht noch zwei Lüfter in der Front ergänzt hätten. Hätte besser ausgesehen und der Airflow wäre deutlich besser gewesen. Aber es funktioniert so, wie es jetzt ist. Dass das Gehäuse weiß ist, ist eventuell auch dem Mainboard geschuldet oder andersrum. Die haben das weiße Gehäuse genommen und das weiße Mainboard mit reinkonfiguriert. Aber ja, qualitativ, wie gesagt, hatte ich ein Review. Ist okay. Und das kostet 84,03 Euro bei Amazon. Ist gerade so ein Sonderangebot wegen den Prime Deals. Wie immer bei Dubaro, Betriebssystem optional erhältlich. Macht euch einen USB-Stick fertig, installiert es selber, packt einen Key rein, dann seid ihr auch fertig damit. Service zwei Jahre Garantie. Ihr bekommt einen Retourenschein, also Pickup und Return ist nicht. Ihr kriegt dann halt einen Zettel, müsst das selber zur Post bringen oder auf eurem Postboten warten, wenn er zufällig vor der Tür ist. Drückt ihm das in der Hand, dann ist das Thema auch erledigt. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.344,72 Euro. Das System soll kosten. 1.349 Euro, runtergesetzt von 1.449 Euro. Selbst für 1.449 Euro wäre es noch okay gewesen. Der Preis ist jetzt natürlich super. Dafür holt mich diese Konfiguration nicht so wirklich ab. Ein System Power-Netzteil, ein ziemlich kleiner Luftkühler, den 7700er von AMD anstatt den mit X. Alles so Themen, muss nicht sein. Und das Mainboard, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Wie gesagt, das System wurde mir vorgeschlagen. Eventuell hat derjenige sogar mit dem Gedanken gespielt, sich das zu kaufen. Ich würde sagen, kaufst du lieber nicht. Geh auf irgendein alternatives Angebot. Man kann jetzt bei Dubaro suchen oder bei Hardware-Rad, von mir aus auch Krotus, Agando, wo auch immer. Aber das System, so wie es jetzt hier steht, würde ich nicht nehmen. Man kann jetzt natürlich die ganzen Sachen auch umkonfigurieren, hat damit aber auch wieder eine Menge Arbeit. Ich würde es lassen. Das wäre es dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.